Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Montag, der 17. Dezember 2017, die letzte Woche vor Weihnachten, nochmals mit der Geek Talk Daily. Heute hört ihr die 271 und ich habe die folgenden Themen für euch dabei. Phil Schiller, Samsung Smart Speaker, Keeper, iTunes, Lenovo, Steuern bei Amazon und Pixabay, Pixabay, Bay, Bay, wie auch immer. Wir beginnen gleich mit der ersten News aus dem Hause Apple. Da gab es letzte Woche oder zum Ende der Woche ein Interview in der Telegraph, also der Telegraph in der britischen Zeitung mit Phil Schiller und da sprach er über aktuelle Geschichten im Hause Apple. Unter anderem zu Thema Sicherheitslücken, die sich in letzter Zeit ein bisschen gehäuft haben und auch zum Thema HomePod und das ist das, was mich vor allem interessiert hat, denn der wurde ja leider, also der USA-Start zumindest, wurde ja auf das nächste Jahr verschoben. Warum das so ist, hat er natürlich nicht verraten, aber gesagt, dass es halt bei Apple so ist, dass man sich auch mal getraut, ein Produkt später rauszubringen, wenn es halt einfach noch nicht wirklich fertig ist. Jetzt wäre es natürlich spannend zu wissen, was das nicht fertig ist und vor allem zu wissen, wenn es dann losgeht und noch viel mehr, wenn es dann auch bei uns losgeht. Darauf freue ich mich nämlich schon auf das Teilchen. Es gibt da aber auch schon Mitbewerber, die da in den Bereich noch mehr mit reindrängen möchten. Da gibt es ja schon einiges, was auf dem Markt ist und dass Samsung nicht schon länger was vorgestellt hat, hat uns ja sowieso schon gewundert, respektive es hieß mal irgendwas oder zumindest eine Gerüchteküche. Mittlerweile ist es so, dass Bloomberg berichtet hat, dass im nächsten Jahr, im ersten Halbjahr 2018, ein smarter Speaker von Samsung auf den Markt kommen soll und da ist natürlich Bixby mit an Bord. Bixby, ihr möchtet euch erinnern, der Button am Telefon bei Samsung, der mal funktioniert und wieder nicht und dann wieder doch und nicht und Deutsch können sie, glaube ich, auch, oder das heißt auch, können sie, glaube ich, immer noch nicht, oder? Berichtigt mich doch bitte in den Kommentaren darüber. Oder auch über Social Media, wo ihr am besten mögt. Dann gibt es Neuigkeiten und einen kleinen Hinweis für all diejenigen, die auf Windows 10 unterwegs sind und den Passwort Manager Keeper verwenden. Da gab es ein Update und das solltet ihr unbedingt einspielen, denn wenn das nicht drin ist, ist es rein theoretisch möglich, dass Bösewichte eure Passwörter abräumen können. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, was ihr nicht unbedingt möchtet. Bei Windows bleiben wir, aber gehen ein bisschen mit Apple zurück, denn zu Beginn des Jahres war es, glaube ich, wo es hieß, dass Apple iTunes für den Windows Store bringt. Eine große Freude für viele iPhone-Nutzer auf Windows-Basis. Dem ist leider immer noch nicht so und das Ganze verzögert sich auch bis ins neue Jahr. Ich hoffe doch mal fleissig, dass das nächstens dann soweit sein wird und nicht noch weiter ins 2018 rutscht, denn etwas, was ich gerne nutzen würde auf meinem Windows-Device. Aber ja, mal schauen, wenn es dann kommt. Wir hatten in der letzten Woche im Geek Talk News-Format, also dem Schwester- oder dem Mutter-Podcast, wie ich den immer so schön nenne, schon das Thema. Und glaube ich, hier in der Daily war es auch, die ersten ARM-PCs für Windows 10 sind aufgetaucht. Also Asus und HP hat da Geräte vorgestellt. Jetzt sind Benchmarks aufgetaucht von Lenovo, die anscheinend auch sowas bringen möchten, werden es an der CES vorstellen. In der gleichen Atempause gab es auch noch andere News von Xiaomi und von Samsung, denn die beiden sollen auch an jeweiligen Geräten am Arbeiten sein. Ja, spannende Geräte. Ich bin schon sehr gespannt auf die ersten, die hier mal zum Test landen. Asus, HP, Lenovo, was auch immer. Ich bin gespannt. Samsung darf es natürlich auch sein. Dann gehen wir eins weiter. Thema Steuern. Apple ist da natürlich immer, wie überall, wenn es was zu meckern gibt, ganz vorne mit dabei. Also nicht Apple meckert, sondern die Leute über Apple. Teilweise auch zu Recht. Und bei den Steuern mag es auch so sein. Da ist ja mit Irland so ein Ding. Bei Amazon ist es etwas Ähnliches mit Italien am Laufen, schon seit mehreren Jahren. Und da möchte Amazon jetzt mal 100 Millionen auf den Pot zauen und das Ganze ein bisschen ertränken, respektive abschliessen, damit man da dann auch wieder weitermachen kann. Also generell finde ich ja, die grossen Firmen sollen ruhig Steuern zahlen. Auch da, wo sie sie, ja, wo es hingehört am besten, logischerweise. Zu guter Letzt habe ich für all diejenigen unter euch, die vielleicht in die Bloggerlandschaft gehören, einen Blog haben oder einfach sonst was mit WordPress machen und gerne mal Bilder suchen im Web, weil sie keine eigenen zu irgendeinen gewissen Themen haben, keines machen können oder auf die Schnelle das nicht tun, umsetzen können, wie auch immer. Da gibt es ja diverse Dienste im Netz. Wir hatten es auch schon bei uns im Podcast mehrfach solche Dienste genannt. Pexels ist so einer, den ich, oder die beiden hauptsächlichen, die ich nutze, auch für unseren Twitter-Account etc., sind Pexels und Pixabay. Und Letzterer hat jetzt ein WordPress-Plugin rausgebracht, mit dem man ganz einfach direkt aus WordPress heraus nach Bildern suchen kann, die sie dann einpflegen kann. Und das Tolle daran ist, die Bilder werden dann gleich in eure Library, also in eure Mediathek übernommen. Das heißt, es wird nicht irgendeine Verweis und es wird von außen geladen, sondern ihr habt das wirklich in dem Gerät drin, in dem Blog drin. Alles sehr praktisch. Wie immer muss man natürlich anschauen, wie das Ganze mit der Performance ausschaut und Sicherheit, denn umso mehr Plugins, die ihr installiert habt, umso langsamer kann eure Seite werden. Aber ich werde mir das Plugin auf jeden Fall mal anschauen, denn es könnte doch ein Schritt weniger sein, wenn man nicht noch fremd zuerst ein Bild suchen muss oder auf der Webseite suchen muss, downloaden etc. Da ist dann halt nur die Frage, wie es mit der Größe ausschaut und ob man da nicht dann plötzlich so 2-3 Megapixel-Bilder in der Library hat. Das will man natürlich auch nicht. Aber ja, alles etwas zum Ausprobieren. Wenn es jemand von euch ausprobiert hat, könnt uns gerne über die Kommentare oder auch über Social Media zurückmelden. Übrigens, vielen herzlichen Dank für die vielen Kommentare, die wir bekommen haben zu der Geek Talk Daily 261. 60 war es, glaube ich, wo wir eben vorgestellt haben, wie es im nächsten Jahr, also ab dem 1.1.2018 weitergeht. Besten Dank auch sonst für das Feedback über Social Media etc. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen guten Montag. Startet gut in die Woche. Letzte Woche vor Weihnachten, wie gesagt, Weihnachtsgeschenke einkaufen für all diejenigen, die es noch nicht getan haben. Und ja, ansonsten schaut, dass es nicht zu stressig wird. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.